Liebe Ratsuchende, liebe Patientinnen und Patienten, herzlich willkommen bei unseren Infovideos Wissen, was gesund macht, Brustgesundheit. Fahm ist mein Name, ich bin Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und leiter die Senologie und Brustchirurgie am Heiderkreisklinikum in Walsrude. In diesem vierten Video über Brustimplantate wollen wir über ein sehr wichtiges Thema sprechen, welches in den letzten Jahren sehr heiß diskutiert wurde. Das Thema dieses Videos heißt Implantate und Krebs. Die erste Frage lautet, machen Brustimplantate Brustkrebs? In anderen Worten, haben die Brustimplantat-Trägerinnen ein höheres Risiko für Brustkrebs im Vergleich zu Nicht-Implantat-Trägerinnen? Die schnelle Antwort ist Nein. In der Literatur besteht kein Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Brustkrebs und Implantaten. Das heißt, die Implantat-Trägerinnen erkranken nicht häufiger an Brustkrebs als Frauen ohne Implantate. Und jetzt kommt die zweite Frage. Sind Brustimplantate Risikofaktoren für irgendeine Krebsart? Und hier müssen wir tiefer, sorgfältig in die Literatur hineinschauen, um diese Frage genau beantworten zu können. Es besteht tatsächlich ein Verdacht auf einen möglichen Zusammenhang zwischen bestimmten texturierten Implantaten mit der aufgerauten Oberfläche und einer bösartigen Veränderung der Lymphknoten, ein sogenanntes ALCL, ein Kürzel für anaplastisches Large Cell bzw. großzelliges Lymphom, sodass diese bestimmten Implantate von einer bestimmten Firma 2018 aus dem Markt weltweit zurückgenommen wurden. Was heißt es jetzt ganz genau? Wie sind die Zahlen der ALCL in der Literatur und wie oft entsteht so eine Erkrankung? Das anaplastische großzellige Lymphom, gekürzt ALCL, ist eine sehr seltene Form der Lymphnotenerkrankung. Laut FDA tritt diese Erkrankung bei 0,6 bis 1,2 von 100.000 Patienten auf. Manche Quellen ermitteln Inzidenzen von weniger als 1 von einer Million Patientinnen mit Brustimplantaten pro Jahr, während andere Quellen auf unter 1 von 100.000 Patienten mit Brustimplantaten pro Jahr kommen. Im Mittel entwickeln 1 bis 5 Frauen von 10.000 Frauen mit Brustimplantaten in 10 Jahren ein ALCL. Was macht man denn, wenn sowas entsteht? Im schlimmsten Fall bei Auftreten dieser sehr seltenen Erkrankung ist die Prognose sehr gut. Und eine vollständige Heilung kann in den meisten Fällen durch die Entfernung des Implantates mit der Kapsel erzielt werden. Haben Sie Fragen oder Beratungswünsche? Sprechen Sie uns gerne persönlich an. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.